Musik Hier kommt man vom Jakob-Kaiser-Haus auf dem sogenannten Runway zum Deutschen Bundestag. Da hat man keinen Regen, da kann man machen. Ansonsten habe ich den Sinn von dieser Veranstaltung hier nicht verstanden. Man hätte es auch einfach nur zu Fuß gehen können. Das ist jetzt die Variante für die Luftscheuen. Das ist der Fahrstuhl, der zur Fraktionsebene hochführt. Wenn hier am Dienstag um 15 Uhr Fraktion ist, dann ist das proppenvoll. Dann kriegt man hier kaum Luft, dafür sind die Spiegel da, damit hier keiner klaustrophobische Beengung bekommt. Also am Dienstag kriegen wir noch mal 20 mehr hier rein. Ja, Dienstag. Ja, Dienstag, wenn Fraktion ist. Nicht von meiner Ausmaßen her, aber... Ja, weil sie zusammenrücken müssen. Ja, aber weh. Da wird gekuschelt. Kuschelkuss, wie du meinst. Live? Okay. So, Fraktionsebene aussteigen. Okay. Los. Viel Spaß. Ja, ich weiß jetzt. Ja, ich weiß jetzt. Ja, ich weiß jetzt. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020